Mainz 05 hat einen neuen Stürmer. Wir sprachen mit Emil Bergkreen, ein dänischer Stürmer, der viele Tore für Mainz 05 schießen möchte, aber noch nicht weiß, was Fassennacht ist. Es freut mich, in Mainz zu sein. Ich bin glücklich für die große Möglichkeit, eine 05 zu bekommen. Ich glaube, Mainz ist ein perfekter Verein für mich. Ich glaube, dass Mainz eine große Möglichkeit für mich ist. Ich bin ein junger Stürmer und Mainz hat in den letzten Jahren viele gute Stürmer gebracht in die erste Liga. Mit Mainz 05 war das keine Frage für mich. Das war eine große Möglichkeit. Großes Stürmer, ein Torjäger mit viel Arbeit, viel Physik und ich bin sehr Kopfballstark. Ich habe ein gutes Eindruck, alles sehr sympathische und das gibt mir keine Probleme. Nein, ich habe keine deutsche Schule gehabt, nur in der Kabine. Ich muss Danke sagen zu meinen Kollegen in Braunschweig. Nein, ich kenne ihn nicht, aber es kommt nächste Woche, der Karneval. Es gibt noch keine Videobeschichte. Es gibt noch mehr die Vorstellung. Na ja, ich bin sehr gut. Ihr bleibt uns sehr gut. Vielen Dank.